In diesem Video geht es um die besten LED-Fernseher. Der Qualitätssieger in unserem LED-Fernseher-Test geht an den Samsung RU7099. Das hochauflösende 4K-Fernseher längst nicht mehr unbezahlbar sein müssen, beweist Samsung mit dem RU7099, der sich schon für vergleichsweise kleines Geld im Handel erwerben lässt. Doch kann man für den Preis auch ein perfektes Bild sowie eine Vielzahl an Premium-Funktionen erwarten oder wurde stattdessen an der ein oder anderen Stelle der Rotstift angesetzt. Rechenpower, die sich sehen lassen kann. Jedes Detail glasklar sehen in hellen und in dunklen Szenen. Alle ihre Lieblingsinhalte von Universal Guide für sie kuratiert. Schick, schlank und stilvoll in jedem Wohnraum. Pure Color, die Technologie ermöglicht die Darstellung einer riesigen Farbpalette. UHD-Dimming unterteilt den Bildschirm in Zonen, die je nach Bildinhalt dynamisch angepasst werden. Sparen Sie sich das Suchen und steuern Sie alle kompatiblen Geräte mit nur einer Fernbedienung. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der LG 43UN7100. Wer ein gutes Bild genießen möchte, der ist bei dem LG UN71 genau richtig. Denn mit dem 4K IPS LCD Panel mit Direct LED und dem eingebauten Quad-Core 4K Prozessor sorgt er dank Active HDR Technologie für eine Top-Bildqualität. Den passenden Klang liefert der integrierte Ultra Surround Sound. Genießen Sie dank 4K Auflösung und detaillierter Farbwiedergabe ausgezeichnetes Entertainment. Genießen Sie Inhalte in bester HDR Qualität in den gängigen Formaten, wie HDR10 Pro und HLG. Für einen noch intensiveren Sound können bis zu zwei Bluetooth-Lautsprecher mit dem TV verbunden werden. Der starke Quad-Core Prozessor sorgt für leuchtende Farben und beseitigt mit der zweistufigen Rauschreduzierung zuverlässig unsaubere Inhalte. Genießen Sie zudem dank 4K Upscaling auch Filme und Serien mit geringerer Auflösung nahezu in 4K-Qualität. Für unvergessliche Heimkino-Momente. Einfach in den Filmmarker Mode wechseln und Filme so genießen, wie Sie Filmemacher vorgesehen haben. Der Preis-Leistung-Sieger in dem LED-Fernseher-Test ist der Hisense 32 Astronomische Einheiten 5500F. Der Hisense 32 Astronomische Einheiten 5500F ist ein 32 Zoll großer Smart-TV mit VID-AAU-Benutzeroberfläche, über die man auf zahlreiche Anwendungen, Dienste und Funktionen zurückgreifen kann, die das Fernseherlebnis neu definieren. Das Paneel löst mit WXGA auf 1366 x 768 Pixel und stellt damit mühelos HD-Inhalte dar. Als Soundsystem kommt ein 12-Watt-Stereo-Lautsprecher zum Einsatz, der mittels DBX TotalSonics und TotalZeround-Technologie für einen mitreißenden Raumklang sorgt. Der 32 Astronomischen Einheiten 5500F besitzt einen eingebauten Triple-Tuner zum Empfang von Signalen über Kabel, Satellit oder per terrestrische Antenne und erlaubt das Abspielen eigener Inhalte mittels USB-Media-Player. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.